Aloha, weiter geht's mit einer Runde den chinesischen Tech-Twee-Level. Natürlich wieder mit dem Tier 2-Fahrzeug. Ach, wir können noch ein Radio einbauen. Ja, guck an. Können wir aber direkt einbauen, ne? Sicher. Ja, die brauchen wir nicht. So, müssen wir wieder richtig Kohle. Oder besser gesagt, XP-Punkte zusammensparen. Ja, gut, probieren wir mal unser Glück. Könnte ein schnelles Match werden. Zumindest wenn ich so fahre, wie immer. Muss meine Fernbedienung. Ich brauche etwas Licht hier im Zimmer. So. Oh, oh. So. Komm, mach Licht an hier. Ähm. Aha. Aha. Ja, auch nicht schlecht die Sonnenstrahlen hier. Überschissen, das Ding. Muss ich dir. Sagenhaft. Ja gut, wo wollen wir langen? Los geht's. Mal sagen, wir da direkt in die Mitte. Hä, er weiß schon, was Sache ist. So, mit mir möchte mal wieder keiner mit, ne? Ja schon. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Oh, der Ding hat voller 30. Ich geh kaputt. Ei, 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 ei. Ja. Ja, T18, ja. Das halt immer so laggig wird, wenn man ins Zielfernrohr rein geht, macht, tut. Oh, oh, oh. Hier sehe ich doch was. Ey, ich geb dir gleich. Was ist denn nun los? Ach, dann lass mal Papa ran hier. Wow. Jetzt mal schön abhaken, Schlampe. Ja, super. Oh, hier könnte ich doch abtreppen, oder? Jetzt muss ich ein bisschen auf die Karte gucken. Na komm. Sag ich mir deinen Arsch. Ach, der ist bei mir. Na, probieren wir mal was hier. Ach, Leute, was macht ihr denn, ey? Kommst du rum nie durch? Doch. Ja, gut zu wissen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ja, du kriegst auch nochmal einen rein. Nein. Oh, meine Güte. Ja. Und nochmal einen rein. Ja, hat sie gelohnt. Scheißegal. Gut, dass die kleinere Matche immer so schnell vorbeigehen. Äh, hier geht ja wahrscheinlich noch richtig ab, ne? Was machst du denn hier? Ja, stehst du gut. Machst du schönes? Ja, campen. T-1800 ist auch ein Bulldozer vom Feinsten. Aber kommst du einfach nie durch. Oh, 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 oh. Schießt du denn ab? Alter, wie kann der Tetreich viele Kills kriegen? Der Motor hört sich aber auch nicht mehr gesund an. Ach, guck mal, was da steht. Ja, Panzerjäger 1. Ist doch nie normal, ist sowas. Wo willst du hin? Komm, gib ihm einen in die Seite. Ja, du musst auch da hin zielen. Boah, wieso kriegst du denn so viel Damage? Hammerhart. War ganz schön verbult, der Ding aus. Richtig was abbekommen. So, was ist jetzt die Strategie? Campen. Ach, da hinten ist er Tetreich. Und er kriegt ihn. Das dreht sich doch mit dem Turm um. Ach, das geht doch gar nicht. Na gut, verloren haben wir so oder so. Oh, der Cusa. Sieht cool aus. Schön den Granatwerfer. Nebelgranaten. Boah, jetzt geht er aber. Er ist natürlich sehr taktisch klug. Ich muss sagen, nicht schlecht. Oh, die Leute sind so doof, ne? Unfassbar. Das wäre nix. Down. Ihr habt's dir gesagt. Der unbeschissene Name, der Panzer. Naja. Mal gucken. Na komm. Mal fertig. Ja, super. Na immer in dem Plus. Hey, 100. Na gut. Bis zum nächsten Part.